Nachdenkseiten. Die kritische Website. Um die Stationierung atomar bestückter Mittelstreckenraketen und Marschflugkörper. Nun scheint das Pentagon erneut mit einem Atomkrieg in Europa zu rechnen. Es gibt Nachrichten, es gibt Fakten, die so ungeheuerlich sind, dass sie einem schlicht die Sprache verschlagen. Wie es auch ein Ausmaß an Unverschämtheit gibt, das nur noch fassungslos macht. Frechheit siegt, wie der Volksmund seit Jahrhunderten weiß. Das Problem dabei ist erst einmal eine bestimmte Grenze überschritten. Hat die Impertinenz irgendwann atemberaubende Ausmaße angenommen, dann ist sie einfach zu groß, um noch geglaubt, ja, überhaupt noch wahrgenommen zu werden. Genau in diese Kategorie fällt folgende Meldung der letzten Tage. Zitat Pentagon lässt Folgen eines Atomkrieges in Europa abklären. Das US Army Corps of Engineers, das zur US-Armee gehört, will einen Auftrag vergeben, um die Auswirkungen von Atomwaffenexplosionen auf die landwirtschaftliche Produktion genauer abzuklären. Die Ausschreibung für den 34-Millionen-Dollar-Auftrag ging am 12. September 2024 zu Ende. Es geht um die Simulierung von Atomkriegen auf globaler Ebene, die zur Zerstörung der landwirtschaftlichen Systeme wie zum Beispiel landwirtschaftlicher Betriebe führen würden, und um eine erhöhte Abdeckung speziell der ehemaligen Ostblockländer. Zitat Ende. By the way, die Ausschreibung des Pentagons wurde am Dienstag, den 10. September 2024, online gestellt. Die Deadline war bereits zwei Tage später. Jeder, der schon einmal eine Ausschreibung selbst verfasst hat, weiß, was das bedeutet. Preisfrage. Warum ist es dem Pentagon ganze 34 kostbare Steuermillionen wert, herauszufinden, welche Schäden ein globaler Atomkrieg, a nuclear warfare on global scale, für die Agrarwirtschaft, Effects on nuclear weapons on agricultural systems, und Umwelt über Osteuropa und Westrussland hinaus, Regions Bayern und Eastern Europe und Western Russia zur Folge hätte. Und noch etwas. Haben Sie einen Bericht darüber in der Tagesschau gesehen? Gab es große Schlagzeilen auf den Titelseiten der Leitmedien? Namen unser Bundeskanzler, unsere Außenministerin oder gar unser Kriegstüchtigkeitsminister dazu Stellung? Sahen Sie erregte Diskussionen bei Karin Miosga, Sandra Maischberger, Markus Lanz oder Maybrit Illner? Gingen Hunderttausende oder, man wird ja bescheiden, wenigstens ein paar tausend Menschen protestierend auf die Straße? Kurz. Wie ist es eigentlich möglich, dass unser großer Bruder jenseits des Atlantiks, nicht etwa heimlich, still und leise, sondern in aller Öffentlichkeit, die Folgen eines globalen Atomkrieges für die europäischen Nahrungsmittelproduktion untersuchen lässt und sich kein Schwein hier groß darüber aufregt? Die klassische Antwort darauf hatte bereits vor 70 Jahren der Schweizer Schriftsteller Max Frisch in seinem Drama Biedermann und die Brandstifte gegeben. Dort steht Biedermann, Herr Eisenring, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, offengesprochen. Ist wirklich Benzin in diesen Fässern? Eisenring, Sie trauen uns nicht? Biedermann, ich frage ja nur. Eisenring, wofür halten Sie uns, Herr Biedermann, offengesprochen? Wofür eigentlich? Biedermann, Sie müssen nicht denken, mein Freund, dass ich keinen Humor habe. Aber ihr habt eine Art zu scherzen, ich muss schon sagen. Eisenring, wir lernen das. Biedermann, was? Eisenring, Scherz ist die drittbeste Tarnung. Die zweitbeste, Sentimentalität. Aber die beste und sicherste Tarnung, finde ich, ist immer noch die blanke und nackte Wahrheit. Komischerweise, die glaubt niemand. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.